Mo, du sagst schon gleich, was ich als erstes Bomben soll, ne? Ja, ja. Bitte primär versuchen, die wichtigen Schiffe auszunehmen. Zum Beispiel See-Forst. Du bist... Sonne-Schimmer. Ja, ja, wir haben getroffen. Hier ist was drüben, hier ist was drüben. Wir haben getroffen. Wir haben auf C getroffen. Fahrt noch ein Stück vor. Kagatou, komm runter. Kagatou, komm runter. Du fährst alleine jetzt in den Norden. Autsch. Also... Na gut. Schaller hat auf jeden Fall schon wieder getroffen. Versuch, die Schaller rauszunehmen, als erstes. B, eine Fehlabendung. B, eine Fehlabendung. Meine Bomber kommen. Sollen wir die Saver auf die runterschießen und stehen lassen? War nicht zu aggressiv. Speed, fahr hinter die Linie. Hinter uns. Oh, 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 vollstreng. Da kommt Fightersüch. Scheisse. Fightersüch. Ich hab vollstreng. Ich hab vollstreng. Ich hab vollstreng. Ich hab vollstreng. Ja, jetzt fangen sie weg. Und äh, brav aufgetaucht. Und noch nicht getaucht werden.